servus leute wie geht's euch heute ich bin's wieder rolle miemann und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu einer weiteren runde schatten des krieges und heute sollen wir ja ein paar kuriere umlegen denn wir machen heute auch wieder schön online blutrache heute ist schacker der menschenjäger unser ziel mal gucken wir müssen halt jetzt gerade die ganzen kuriere hier umbringen nicht das lassen wir schön sein es darf sei nur du dass es packt scheiße er schafft so wie viel kuriere haben wir noch das nackrad der verfluchte scheiße hier ist wunderbar schönes ding jetzt der menschenjäger erschienen schön hat sich keine schlechte idee es ist nicht immer ja 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 Okay. scheiße was hat der für eine waffe ich habe gehört du kommst wieder wenn man nicht tötet wir werden also viel spaß haben ach der hat dieses ja okay der hat das der die morgul klinge so jetzt moment schon ich brauche wieder ein paar pfeile wir hatten die verdammten karagor losgelassen was geht mit euch kriegst du in deine fresse in dein fresse und noch mal in dein fresse so meine klinge karagor Yo, leck mich doch am Arsch das lassen wir schön bleiben du bist der nächste oh scheiße du hättest lieber in deinem loch bleiben sollen wo du hergekrochen kommst du sau oh 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 tja schon wieder das war gerade mal das erste mal und jetzt passen auf du bist so langsam freundchen so wird's gemacht cool alles klar ihr lieben sehr geil ich hoffe es hat euch gefallen ich habe das like wertung aber oder und dann sehen wir uns bis dahin auch dabei macht's gut auch alle leganze bis zum nächsten Mal, ciao